Ein Erdbeben der Stärke 9,0 in Japan und ein gewaltiger Tsunami galten statistisch als unwahrscheinlich. Ein GAU in Japans modernen Kraftwerken hatte ebenfalls eine geringe statistische Wahrscheinlichkeit. Jetzt sind Tausende vor dem auf der Flucht, was zuvor als Restrisiko bezeichnet worden war. 5, 4, 3, 2, 1, danke. Keine Kontamination. In diesen Tagen hätten wir diese Bilder nicht drehen können. Drehgenehmigungen in deutschen Atomkraftwerken gibt es momentan nicht. Aber vor einem Jahr war das noch möglich. Wir waren damals angemeldet im Atomkraftwerk Krümmel. Alle Objektive bitte. Die Objektive sind das Wichtigste, was wir messen müssen. Am besten ist die Sterne alles komplett rein. Alles, was hier rein oder raus geht, wird mehrfach auf Strahlung getestet. Krümmel, einer von sechs Reaktoren in Norddeutschland, ein Siedewasserreaktor, vergleichbar mit dem havarierten Atomkraftwerk in Fukushima. Wir waren damals hier, um Fragen zu stellen, die heute aktueller nicht sein können. Wie riskant, wie gefährlich ist diese Technik? Der Betreiber Vattenfall fährt seit der letzten Panne hier eine neue Strategie. Offenheit und Dialog. Zwei Mitarbeiterinnen führen uns. Erste Station, die Trafos, wo es brannte 2007 und wo es dann nach kurzer Laufzeit einen Kurzschluss gab, im Sommer 2009. Seitdem wird der Fehler gesucht und das AKW steht still. Das Kraftwerk ist ein sicheres Kraftwerk. Das hat auch das Ereignis am 4. Juli gezeigt. Denn der Reaktor hat genauso reagiert, wie er sollte. Er hat sich abgeschaltet. Also alle Sicherheitsvorkehrungen haben einwandfrei funktioniert. Kein Wort davon, dass vor allem der Trafobrand 2007 alles andere als glimpflich ablief. Rauch drang bis in den Kontrollraum vor. Mitarbeiter machten Fehler. Falsche Hebel wurden bedient. Schnellabschaltung. Es war die meldepflichtige Störung Nummer 301. Die Wahrscheinlichkeit, dass Krümmel wieder ans Netz geht, ist in diesen Tagen eher gering. Zu tief sitzt der Schock aus Japan. Auf Hochtouren kämpft Wattenfall derzeit um Vertrauen. Denn seit dem Trafobrand vor drei Jahren hier in Krümmel gab es noch 15 weitere meldepflichtige Ereignisse. Offizielle Berichte liefern Erschreckendes. Marode Leitungen, lockere Schrauben an sensiblen Stellen, defekte Pumpen. Darüber spricht Wattenfall nicht gerne hier. Sie führen uns zum derzeit inaktiven Kern des Reaktors. Wir sollen ein Gefühl für das Faszinierende der Technik bekommen. Jeden Tag, an dem das Kraftwerk nicht am Netz ist, entgeht Wattenfall mindestens eine halbe Million Euro Gewinn. Wir haben immer gesagt, dass Kernenergie und die Kernkraftwerke in Deutschland sichere Kraftwerke sind. Dass es keinen Grund gibt, sie nach einem Durchschnittsalter von 32 Jahren abzuschalten. Insofern gibt es gute Gründe, auch Kernkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen. Wie hoch ist hier eigentlich die Gefahr eines schweren Unfalls? Wenn ein Mensch hier versagt, ist die Technik da, die einspringt und als letzte Konsequenz den Reaktor dann abfährt. Sobald irgendwas nicht mehr ganz in Ordnung ist, greift das Reaktorschutzsystem zu und das kennt nur eine Beschlussrichtung. Das ist ein Computer, der sagt, die Anlage in die sichere Position bringen und das bedeutet in jedem Falle Abfahren der Anlage. Endlich kann man ja nie etwas, ein gewisses Restrisiko gibt es immer. Ähnliches haben auch die Menschen in Japan gehört, bevor das Restrisiko ihre vertraute Welt verschluckte. Sie können dem Horror nicht mehr entfliehen. Die Katastrophe ist 8000 Kilometer entfernt, aber auch in der Nachbarschaft des Pannenreaktors Krümmel ist es nicht mehr, wie es war. Der Atomexperte Wolfgang Renneberg kann die Interviews nicht mehr zählen, die er in den letzten Tagen gegeben hat. Immer wieder muss er Fragen beantworten, ob die Atomenergie noch sicher sei. Unter Rot-Grün war er für die Reaktorsicherheit zuständig. Einmal in 100.000 Jahren erwartet man eine Kernschmelze. Diese theoretischen Berechnungen sind in Japan durchgeführt worden und in Deutschland. Und die Ergebnisse, die theoretisch berechnet worden sind, unterscheiden sich nicht wesentlich. Das heißt, in Deutschland erwartet man etwa mit der gleichen Wahrscheinlichkeit einen Kernschmelze wie in Japan. Rund 6000 meldepflichtige Störungen gab es in deutschen AKWs bisher. Vier folgenschwere Reaktorunfälle weltweit. Bei fast allen schweren Reaktorunfällen war menschliches Versagen die Ursache. In den Berichten ist dann die Rede von Bedienungsfehlern Fehleinschätzung. Auch in Krümmel wurden schon reichlich Fehler gemacht. Die Technik mag ausgeklügelt und faszinierend sein, aber der Mensch muss sie kennen und vor allem beherrschen. Gibt es eigentlich irgendjemanden, der dieses ganze komplexe System komplett drauf hat, in seinem Gehirn allein? Gibt es viele Leute bei uns im Kraftwerk. Das sind die Schichtleiter und ihre Stellvertreter. Das ist selbstverständlich der Kraftwerksleiter und ja auch die meisten unserer Fachbereichsleiter. Sie wissen genau Bescheid über die Funktionsweise von jedem Prinzip, von jedem System und wissen genau, wenn ich diese Pumpe abschalte, passiert das und das. Da legen umfangreiche Prüfungen ab. Das wollen wir genau wissen und fahren in die Reaktorschule nach Essen. Die einzige Schule dieser Art, finanziert von den deutschen Kraftwerksbetreibern. Lehrer und Schüler, die wir treffen, glauben fest an die Zukunft der Kernenergie und wollen bestimmte Fragen nicht so gerne hören, wie sich zeigen wird. Wir dürfen das Training einer Schicht aus dem AKW Emsland drehen. Das Team trainiert hier regelmäßig Störfälle, die in der Realität sehr selten vorkommen. Das Warnsignal. Der Kraftwerkssimulator hat einen Störfall produziert, Einfall eines Steuerstabes. Die Mannschaft weiß nicht, was passiert ist. Die Monitore zeigen Unregelmäßigkeiten. Das eigentliche Problem liegt weit weg im Kern des Reaktors, irgendwo unter den Brennstäben. Die Lösung des Problems findet sich in einem der unzähligen Ordner. Wer hier arbeitet, hat tiefes Vertrauen in die Technik. Blick hinter die Kulissen des Schaltraumes. Der Reaktor führt ein kompliziertes, computergesteuertes Eigenleben. Es geht darum, seine Signale richtig zu interpretieren. Und im Störfalle die richtige Handlungsanweisung zu finden. Das geht mal schneller, mal langsamer. Fehlermeldung. Das BAB gibt vor, dass der bei fehlangeregten, was steht das? Der nachträgliche Einwurf des Fehlermeldung ist auszulösen. Genau. Für den Fall eines nicht automatisch erkannten Stabfehleinfalls ist der nachträgliche Einwurf des fehlereingefallenen Steuerstabes auszulösen. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Das sollten wir machen. Es wird uns erlaubt, ein Interview mit dem Schichtleiter zu führen. Aber es wird vom Pressesprecher scharf kontrolliert. Wie hoch ist das Risiko, dass was passiert, was die Umwelt bedrohen könnte? Ich halte das Risiko persönlich für sehr gering. Sie können es vielleicht auch schon daran sehen, dass meine Familie mit meinen beiden Kindern direkt in dem Umfeld eines Kernkraftwerkes wohnt. Wir wohnen keine vier Kilometer weg und, wenn man das mal sieht, in der Hauptabwindfahne, also in der Hauptwindrichtung, die so bläst. Ich habe da überhaupt gar keine Bedenken. Was ist diese Technik für Sie? Ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Ist es das, was immer und immer bei... Okay. Diese Frage ist nicht zugelassen. Neuer Versuch. Frage nach dem Sicherheitsrisiko Mensch. Was ist das höchste Sicherheitsrisiko? Ist das höchste Sicherheitsrisiko der Mensch? Vielleicht oder nicht. Wir verlassen die eher unerfreuliche Übungssituation und fragen uns, wie reagieren Mitarbeiter in der Realität, wenn tatsächlich etwas passiert? Der Zufall will es, dass ein NDR-Team im Kernkraftwerk Bruckdorf dreht, als dort ein echter Störfall eintritt. Bruckdorf ist der ganze Stolz des Energiekonzerns E.ON. 1400 Megawatt Strom für zwei Millionen Menschen. Rechts der Schichtleiter Peter Rückert, früher zweiter Ingenieur auf einer Autofähre. Links sein Kollege, ein ehemaliger Elektroinstallateur. Das Warnsignal. Eine Störung und auch hier große Ratlosigkeit. So sieht es aus, wenn Fachleute über ein kompliziertes System ganz genau Bescheid wissen. Es gibt eine Vermutung, ein kaputtes Ventil im sogenannten sekundären Kreislauf. Das, dass unsere Regel hingefallen ist, weil die beiden Analysenschränke in Störung gegangen ist, das ist das eine. So etwas verstehe ich das ja. Wir wissen noch nicht, irgendwie wegen Durchfluss. Was ich nicht verstehe, ist der regelmäßige Unterdruckregelung für CS24C1. Vieles, was man nicht versteht. Fehlersuche mit dem Finger auf den Schaltplänen. Irgendwann Erleichterung, das Signal verschwindet wie von selbst. Aber dann? Und bis zum Ende der Dreharbeiten konnte der Fehler nicht behoben werden. Zwei Tage später verlangt E.ON, diese Aufnahmen nicht zu veröffentlichen. Wir halten uns nicht dran. Daraufhin sagt der Energiekonzern alle weiteren Drehtermine an. Schon damals suchen wir jemanden, der keine Fragen scheut und der beides kennt. Die Atomenergie und die andere Seite. Wir finden Ulrich Kaya, der mittlerweile Holzkraftwerke baut, in ganz Deutschland, auch hier im mecklenburgischen Feldberg. Seine Holzkraftwerke sind klein, anpassungsfähig, CO2-neutral, ungefährlich. Früher liebte er diese faszinierende Kernspaltung, war als Ingenieur zuständig für den Bau und Betrieb von Kernkraftwerken. Aber dann bekam er es mit der Angst zu tun. Wo Menschen sind, können Fehler passieren. Und die kann man nicht ausschalten, nur da kann man halt die Wahrscheinlichkeit kleinsetzen, aber die ist immer da. Als Kernenergie-Mensch, der ich war und viel damit zu tun hatte, auch viel verantwortlich, über 1000 Leute hatte, war das ein Schock. Den vergesse ich nie, die Ohnmacht vor den Unfällen, die Erkenntnis, dass die bei uns genauso passieren können. Der Wut, die Wut über jemanden, der behaupten kann, hier in Deutschland kann nichts passieren, das darf niemand sagen. Die Katastrophe von Tschernobyl war sein Schockerlebnis. Bei dem Ereignis in Tschernobyl, die gemeinsamen Krisensitzungen in unserem Stab damals, wo man sich fragte, was machen die Russen jetzt und was würden wir denn machen? Und dann sah man mit großer Hochachtung, wie die Russen in dieser chaotischen Unfallzeit das Problem beseitigt haben mit vielen tausend Leuten. Und wir wussten alle fassungslos in Deutschland, alle ausnahmslos, das wäre in Deutschland nicht möglich gewesen, weil man eben dort ein russischer General, Gott sei Dank, zehntausende von Leuten verheizt hat und verheizen konnte, was wir nicht tun konnten. Mit Dosimeter und mit Strahlung und mit Überwachung, wo man hier hätte sagen müssen nach zehn Minuten, Mensch, du bist jetzt genügend gestrahlt, du musst jetzt weggehen. Wir fliegen zum AKW Krümmel und dachten eigentlich, das wäre verboten. Aber man darf. Allerdings nicht tiefer als 800 Meter. Wenn der Pilot diese Sicherheitsflughöhe missachtet, hat er Tage später eine Strafanzeige auf dem Tisch. Immerhin. Wie schätzen Sie die Terrorgefahr ein? Wir haben beispielsweise neulich eine Übung gehabt, in der simuliert wurde, dass Terroristen dieses Kraftwerk angreifen. Wir haben zusammen mit der Polizei und dem Objektsicherungsdienst, ist es uns gelungen, diesen Angriff abzuwehren. Das heißt, die Terroristen sind überhaupt nicht bis in Sicherheitsbereiche vorgedrungen. Es ist ihnen nicht gelungen. Welche Art von Terrorangriff haben Sie da geübt? Einen Angriff, die, ich sag jetzt mal, Täter sind über den Zaun und wollten in den Sicherheitsbereich der Anlage gelangen. Und das ist ihnen nicht gelungen. Und was ist, wenn die aus der Luft angreifen? Was macht man da? Es gibt ja Luftsicherung. Das heißt? Das heißt, wir haben eine Luftüberwachung, die feststellt, wenn es einen Anflug auf ein Kernkraftwerk gibt. Also wir hatten beispielsweise hier sogar mal den Fall, dass man einen Heißluftballon heruntergeholt hat oder von der Polizei hat verfolgen lassen, weil dem Kraftwerk zu nahe gekommen war. Der wurde abgeschossen? Nein, der wurde natürlich nicht abgeschossen. Aber die Luftüberwachung funktioniert. Also wir fürchten nicht, dass es einem Terroranschlag wirklich gelingt, diese Anlage so zu schädigen, dass die Umwelt zu schaden kommt. Ja, dies ist die Stahlbetonwand, die das Reaktorgebäude schützt. Da kommt nichts durch, meinen Sie? Da kommt nichts durch. Stimmt.